Strömung! Wuuu! Wuuu! Monster! Hallo? Aua! Nein! Wow, hier ist nichts! Interessant! Vielleicht kann ich auch hier durch. Juhu, kann ich. Jellyfish Light! Wieder irgendwas Unsinniges, was niemand braucht. Okay, ich mach's jetzt nicht nochmal. So. Jelly. Nein. Habe ich immer Quallen gemocht? Was müsste man tun? Wow, wow, wow. Wow, dafür habe ich mich dazu angestrengt. Oh, cool. Kann ich die besiegen? Ich hätte mit euch... Das würde mich runterziehen, wenn ich da rübergehe. Nee. Dann kann Kirby doch nicht alles kaputt machen. Juhu. Oh yeah. Wir sind... Oh, ein Delfin. Von dem Level habe ich gehört. Das ist ja mal geil. Ich bin kein Künstler. Juhu. Geil. Nein. Was machen wir jetzt kaputt? Nein. Nein. Oh, das ist ein bisschen kompliziert. Juhu. 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 Das ist ja mal echt geil. Mich dieses Spiel immer wieder fasziniert von seinen Ideen und seinen einfallsreichen Sachen. Und ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe, aber dieses Spiel sollte echt einen anderen Hauptcharakter haben. Und das Spiel hatte vorher sehr wenig mit Kirby zu tun. Wow. Oh nein. Nein. Oh mein Gott, wie meine Wii nachlädt. Oh, da hoch will ich. BlubOcean, yay. Aber wenn wir schon so weit sind, da habe ich zwei Schätze für was für meine. Äh. Wow. Jupp, wir sind ziemlich weit. Ich glaube, wir sind schon so gut wie am Ende. Wieder so ein kurzes Level. Oder ich rushe es einfach nur durch. Nein. 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 Oh. Nein. Oh. Alles wieder viel zu früh. Ich bin so schlecht geworden. Oh. Glück gehabt. Oh. 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 Verdammt. Ich habe meinen LP gen. Ich habe gesündigt. Oh mein Gott. Und bringt mich nicht um dafür. Oh. 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 Aber hat ja nicht so lange. Oder? Schaum. Lecker. Cool. Secret Island. Hatten dem schon我是 Secret Island maar egal. No. So, hier eins, hier ist der Endboss, zwei, drei, vier. Ich glaube, es kommt noch ein richtiges Level danach und danach der Endboss. Secret Islands. Ah, das sieht doch schon mehr, was für mich aus. Ich liebe nämlich keine Unterwasser-Level. Versteht ihr? Habe ich schon mal gesagt. Genau. Ach ja. Ach ja. Ach ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Hey. Cool. Ich glaube, ich sollte da erst hochgehen. Äh, egal. Wow, das hat mir jetzt so viel gebracht. Oh mein Gott, ich will hier raus. Ich weiß nicht. Ich bin heute nicht so kommentierfreudig wie sonst immer. Was heißt wie sonst immer? Ich kack mich jeden zweiten Part darum. Ich red nicht so viel, aber in Wirklichkeit hört man dann später. Aber das hat mir wirklich dieses Gefühl, dieses grauenhafte, einzigartige. Das ist doch ein Secret. Das zeige ich doch. Hallo, aber ich will hier auch raus, um das Secret zu bekommen. Hallo? Das ist doch schwerer als ich dachte. Ich müsste mich irgendwo wieder rausholen können. Ist irgendwas in den Boden eingenäht? Egal. Ist mir doch jetzt etwas zu kompliziert. Meine Denkvorgänge kommen da einfach nicht mit. Ah, ich seh's schon. Haha, ich hab's doch gesehen. Jetzt hänge ich schon seit 5 Minuten an einer Stelle, weil ich immer wieder runterfalle. Jetzt lass mich da endlich raus. Guck da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Ich will da hoch. Ah, für mich. Moment. Ich weiß, wie ich eventuell da hochkommen würde. Ich glaub, ich denk einfach viel zu logisch für dieses Spiel. Ich hab diese Stacheln grad nicht gesehen. Vielleicht hier irgendwo. So. So. Die Blume da oben sieht aus wie ein Pimmel. Die da. Über mir. Da brauch ich ein Feuer. Pimmel. Dennis. Hä? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Wuhuu, noohoooo utiliser Mine-e-e-ae- equiviralä se direnاء llamas. Oh mein Gott, ich wäre beinahe wieder runtergesprungen. Okay, okay. Oh, und, okay. Oh, die, die Penisblume. Penis. Penis. Penis.